Teil 2 ist jetzt da. Kann ich mich hier hinlegen und schlafen? Ja, kann ich. Krass. Egal. Gut. Ich bin immer noch hier in diesem tollen Tempel. Toller Tempel. Mit Landergegnern. Und dann ein bisschen Hansbrust hier. Komm her. Pixi. Ja, was für eine... Krass. Unloved Breaker. Der ungeliebte Brecher. Und was ist jetzt hier? Kann ich hier machen was? Noch irgendwas? Nein. Gut. Eine Sache. Sackgasse. Oh, die ist grün. Grün mit einem Totenkopf. Was könnte das heißen? Schau mal. Sie macht. Grün. Totenkopf. Ich glaube, ich kriege auch einen Totenkopf. Vielleicht verkiftet die. Das wäre geil. Naja, egal. Auf jeden Fall ist nichts mehr sonst in diesem Tempel. Da drinnen. Das ist ja... Unnachahmlich. Kann ich da irgendwo weggucken sollen? Nö, so auch nix. Sehen wir mal. Vielleicht ist da doch irgendwo noch eine andere... ...Gegend, wo ich hin kann. Ja. Ja. Oh, sogar da Sachen sind... ...Lowing Orb. Ich gehe auf Dreck. Ich gehe auf Dreck. Ich gehe auf D-R-I-K-E. Aha. Da geht's hoch. Dachte ich mir doch, dass die mich hier nicht einfach so im Regen stehen lassen mit einem unfertigen Halb-Dungeon oder was das? Äh. Äh. Neus. Ah, da geht's auch draußen. Auch schön. Nein, wie schön ist das denn? Ha! Ah, aber... ...Hm. Ich gehe gar nicht gleich wieder neue Orbs abbauen. Damit ich mir das dann wieder mal so eine blöde Satellitenschüssel bauen kann, weil ich dieses blöde UFO-Teil vielleicht ja doch noch kaputt haben muss, damit hier nochmal irgendwas sind, weil es passiert. Tatsächlich ist auf der Oberfläche dieses Planeten die Erderziehung kraft geringer als irgendwo anders. Und ein dramatischer Musikabschwung. Jetzt ist Team Geschwärter wieder normal. Ja, komm mal her, ist in meinem Waffe-Test. Yeah, pösselt, wie ich es mir dachte. Tough! 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 Wie ich sagen. Hallo! 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 Oh! Was war das da drin? Hallo! Geht's ihnen gut? Hallo! Das ist, was ist das drin? Hallo! Kann ich da rüber? Kann ich da runter? Kann ich das besuchen? Kann ich das besuchen? Ah, ist was. Hallo? Wow, wirklich Fische, die in diesem vergifteten Wasser schwimmen. Und dann, 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 wow, was denn das? Du? Hallo? Hallo? Ich schwöre, du. Dort war ich gerade. Naja. Nun... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Rupupupu! Rupupupu! Affen! Cool! Stir-Waffe! BAM! Yeah! Aber trotz der Tatsache, dass ich gerne Dinge verprügle, die sich bewegen, habe ich das gefühl dass ich wenn ein gegner mich nicht unmittelbar angreift ich ihn auch in rührung lassen sollte damit ich nicht unnötig auch noch der sieht nicht so nenn aus damit ich nicht unnötig bandage verschwende wollte ich sagen und genau in dem moment kommt da das muss er sein selbst er schulter so jetzt suche ich mir gleich mal ein schönes gerades plätzchen wird das ganze das jahr wieder umwandeln und da kommt auch schon ein feier spannende acht augen was los mit ihr und bohrte mir schaden macht leck mich an der eier so erstmal schöne lampe auf dem boden damit ich nicht so erfrieren so ein scheiß dann brauche ich meinen ofen wo wenn da offen doch offenbar war das schön schüttet schütt smelt ja noch mehr smelten 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 zack und hier da ist das auch mal was smelten wie so'n blöder so und dann muss ich niesen und hunger hat auch noch mei so komm mal her du Brunner hier, komm mal her hier zack, buch eh, entschulde ich mich für diesen Nisara, der muss ja Leute hier zu Tore erschickt haben so, ein Tisch-Table und ein ja hm was fehlt mir Wood Planks wirklich? ausgerechnet Wood Planks bitte immer mal Wood Planks hier ist ja gleich so'n schöner Baum damit der falsche Ding geht das nicht geht gut gleich mal schon umgebaut die Wood Planks ja 99 hm 99 33 gut, auch nicht schlecht ist praktisch, das ist gut, das ist schön und ein Peaking gebaut wie ihr können gebaut und da geht die Sache dahin so, aber da ich nicht wieder will, dass das selbe passiert ist dass ich einen Fisch gegenüberstehe dass da meine, das müsste mich dann totberitzen gehe ich jetzt aufs Schiff werde ich die Sache mit Speichern beenden, besiedeln da ich das Peaking ja ab genau hier und werde dann das nächste Mal mit Starbound weitermachen ich hoffe ihr seid dann auch noch dabei euer Dude von Zuck das Hau rein also ihr wisst ja immer schön liken abonnieren das freut mich das macht Spaß das motiviert mich auch noch immer besser zu werden oh bis allen euer Dude StayTude StayTude seh und die Untertitelung des ZDF, 2020